ZZP, Hammermucki hier, Leute, weiter so. Der Thorsten aus Frutingen in der Schweiz, der schreibt Tukadi, mein bester, saugeile Show. Ich grüße dich aus der Schweiz, lass es krachen. Ja, liebe Grüße zurück in der Schweiz. Und einen habe ich noch, Daniel aus Köln. Und er schreibt, ich grüße mal, mein Täubchen und mein Tauberich, mit dem ich gerade ein Käsemännchen gebaut habe. Das ist der Käse, Mensch. Nice, Mann. So, das war's schon. Welcome back! Jetzt ist er, ich bin ein Reifermann mit bei Minecraft. Das war's, das ist der Anteilagrin, hab's mir hier. Ey, ey, ey. Die Türstimme, ich hab's mir. Genau. 16.35 Uhr, 25 Minuten noch. Mit mir im Tukadi und auf dem Upstream. Viel Spaß. Ja, wieder toll. Ja, wieder toll, einfach attraktive Events, wo irgendwie, iiiiiii. An. Ha, ha, ha. Kram. Ein bisschen gehören. Boah, nein. Ja, wie gesagt. Ich mach mal T4 eh wieder leiser. Äh, in Beziehung bei unseren zahlreichen Partnern, wie, ne, hab, lala. Oh, oh, oh. Äh, Philipp. Das ist eine Mahnung, weil ich bei den Jahresbeitrag noch nicht gezahlt hab. Hahaha. Gott sei Dank hatte ich grad die Musik die ganze Zeit so laut, weil ich das aufgenommen hab. Ja? Ja. Das ist so eine dicke Mahnung. Hahaha. Philipp kriegt ne Mahnung. He, 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 he. Und da sagt ihr noch zu mir? Du gehörst zu den Mitgliedern des Jahresbeitrags 2012 und ich... Nein, leider gehörst du zu den Mitgliedern, die den Jahresbeitrag 2012 und ich gezahlt hab. Was damit du weiterhin von den vielen Vorteilen des S-Club profitieren kannst, zahl bitte zum 2... April 2012 OMG. Ähm. Den... Seit Januar fällig im Jahr. Hahaha. Oh, okay. Hahaha. Hahaha. Und da sagt ihr doch zu mir, dass ich meine Schulden nie bezahle. Ahhh. Das ist mein Muttern, der macht das ziemlich. Ich wollte das eigentlich englisch machen. Was? Ich wollte dich englisch machen. Ah ja. Ah ja. Ah ja. Vergessen. 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 Ich hab doch gar nichts geschrieben. Boah, ich hab doch gar nichts geschrieben, ja? Komm mal bitte kurz mit. Wohin? Bei mir leckt es aus der Hölle, ey. Komm mal hinter dein Haus. Ich hab Stadtbilder, ey. Jetzt in meiner Hanfplantage. Nein, nein. Ich... Ich zeig dir... Was ist mit dir jetzt? Ich fliege gleich eh alles in die Luft. Nein, nein. So wie es hier schon aussieht. Oh, man. Ja, das war skortzig. Boah. Leckt die Scheiße. Ich muss dir jetzt mal was zeigen. Das ist nämlich very, very witzig. Wolltest du das? Ja. Boah, es leckt die aus der Hölle! Schon wieder ab. Was? Du bringst dich schon wieder ab. Ach, nein. Nein, ich wollte nur wissen, ob du den Sound anhast. Nee, nicht. Nicht? Oh, mach dir jetzt wirklich den Sound an. Oh, Mann. Warum kommst du jetzt hier hin? Fetty. Boah, Fetty! Hey, Wolter, wo bist du? Wieso? Ach, da. Okay. Ich hab den jetzt plötzlich erstmal gekauft. Okay? Ja. Soll ich auch raus? Nein. Das ist ja witziges, was wir mit den Dacken hier anstellen. Denn... Hast du den Sound jetzt mal an, Goltas? Nee. Warte. Du brauchst eigentlich nur kurz zugucken. Wobei, du kannst jetzt auch mal kurz ausmachen. Wenn du magst. Du packst dir jetzt... Du packst dir jetzt das hier. Ähm, weiß ich nicht. Und da ziehst du hier die Wände zu. Teufchen? Wo seid denn hier? Nein, du brauchst nicht zu uns kommen. Du brauchst nicht zu uns kommen. Du gehst weg. Du musst aber dein Sound an. Ja, du gehst wirklich weg. Aber... Moment. Ich musste mir das eben raus. Also, ich hab den Händler auf dem Minimal... Und nicht... Ey, jetzt fehlt dieser Horst wieder, wo ich mein... Aber Jan... Ja, das doch hier Freiland. Ja, ja, ich weiß. Und nur auf dem Boden ein Block machen. Also, so dass, wo ich hier stehe, dass das frei ist. Äh, ich flieg dann schon mal hoch, ne? Okay, kann ich nicht mehr. Ich komm dann nicht mehr hoch. Flieg du mal hoch. Ich mach den Rest dazu. Ja, okay. Mach, mach, mach. Mach, mach, mach. Boah, es leckt so heftig, ne? I... I think... I think... Oder... Boah, Philipp. I'm sure. Wenn das gleich losgeht, dann... Dann stürzt mein PC ab. Ich bin grad ein Video am Rändern. Alter. Dann Ordner am Kopieren. Und platzen gleich. Und dann bin ich mit Fraps am Aufnehmen und... Boah, what the fuck! Hat das gehört, Töpchen? Boah, das Geleck! Das ist kein... Natürlich nicht. Witzig, witzig, witzig. Witzig, witzig, witzig. Witzig, witzig! Witzig, witzig. Witzig, witzig. Witzig! Witzig, witzig! Ich bin draußen! Haha! Mann! Ich bin draußen! Witzig! Daniel sprengt schon wieder! Nein! Auf Feier des Tages! Hör mal auf! Ah! Hör mal auf! ein paar was leckt so ich hab grad den Kopf der stört Boaz, ach Gott ja den Kopf von Jens oh, Täubchen hat er auch jetzt so viel gesprengt jetzt hab ich das hier mitbekommen ja, wie, äh, Wolters, wir saßen erst jetzt hier gesprengt ja, ich wollte es gerade weg, man hat uns aber gekickt ja, du hast ja schon gezündet, du witziger nein nein, und dabei lachen das war schwierig, ich schwöre, ich war das nicht, das war ich an ja, ich bin hier gerade am fliegen nein, ich schwöre, ich war das hier gerade nicht das ist meine geile Hütte das war ja nicht, 100% der so einen dicken Haufen gemacht ja, natürlich, vor allem, weil ich gerade an meinem Haus rumfliegen kann ich jetzt hier aussagen ich bin hier ich weiß nicht, es ist mir auch kein der Sendung werde ich nicht gesehen, keine nehmen bis итог bitte ja ich Slide Vielen Dank.